Ja komm, jetzt nervt nicht, ich bin gleich da. Jungs, aufpassen, eine Minute noch. Also, ich weiß, bei den Proben, da hat nicht immer alles geklappt. Die Erwartungen sind tief, aber das ist egal, wir zeigen denen das jetzt. Und Lukas, du nimmst hier ein Cent los, bleibst die ganze 1.5 tranquille und jetzt zieh dich um. Tillmann, Showtime. Untertitelung des ZDF, 2020